So, hi ho meine Flauschis, wie ihr hört und naja, wollt ihr sagen, vielleicht auch seht, aber ich glaube ihr seht das jetzt nicht so, äh, ich bin krank und ja, ja, ich bin krank. Und deswegen ergibt es das heute auch kein auftragendes Video, sondern lediglich so meine Outtakes von dem Squid Game, um nochmal Good Vibes zu verbreiten und war auf jeden Fall super lustig, deswegen hier für euch die Outtakes. Ich mag dich, boop, nein, du kriegst den Zahnstocher, dann nimmst du dich durch und nein, ich hab's ihm doch nur erklärt, ah, ah. Mir ist als Game Master absolut egal, wie ihr das macht. Hier ist es scheißegal, wie. Mir ist scheißegal, wie, solange ich das fertige Ausgestand, selbst wenn ihr untereinander tauscht, ist mir das egal. Media, hast du kurz Zeit? Nein. Schere holen. Nein! Oh Mann, der muss erschossen werden. Nein, das ist ja nicht gerissen. Alles gut. Ja, ist schon ein bisschen pain. Ja, gar nicht, wie die scheiß Pfoten haben. Hallo. Ich pudele in Akibans-Video. Ich krieg da eine Kamera drauf, wenn er pudelt, oder? Auf jeden Fall. Oh, ich werde die canceln. Cancel mich, komm! Ja, das ist jetzt schon das dritte Mal. Das kann das nicht. Du musst es am Ende vorzeigen. Ja, das ist keiner. Das kann ich um die Menschen mit den Menschen. Hallo. Nein. Hallo. Ja. Ich freu dich mal kurz! Nein! Ich freu dich mal kurz! Wie ihr das untereinander mit welchem Spiel löst, ist mir völlig egal, ob ihr sie euch schenkt, ob ihr sie euch, ähm, weiß ich nicht. Mir egal. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. So. Ob ihr weit wurft... Ne, das wäre schlecht. Okay. Hieß es nicht ohne Gewalt? Ohne Gewalt. Ohne Gewalt. Ohne Gewalt. Ich hab 10. Jeder braucht... Du hast 10, warum? Ich hab 10. Dann schütt mal in meine Hand. Hä? Gegen wen hast du gespielt? Hä? Ich nehm dir mal schnell 5 Steine. Nein, ich hoffe nicht. Gegen wen? Gegen das Land. Das Land? Ja. Vom Aufspend haben. Nein. Mein Leben ist doch eigentlich schon besser als Deins. Du wärst doch eigentlich schwer, wenn ich weiterlebe. Wer dran ist, muss mindestens auf das erste Feld gehen. Wenn jemand aber irgendwann auf dem dritten steht und sagt, ich bete lieber erstmal zu Gott, Ja! Darf er das tun? Im schlimmsten Fall kommt er hinten dran und schmeißt ihn runter. Ki, du bist toll. Juhu! 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 Okay, das war cool. Hat Spaß gemacht. Ja. Hat's gut gemacht. So und jetzt sind wir am Ende von dem Video. Ich weiß, ich werde noch was zu den Waschbär-Sonas machen. Da möchte ich mich aber hinsetzen, wenn ich ein bisschen gesünder bin. Und ich möchte euch, Entschuldigung, nochmal dran erinnern. Weihnachtsunboxing. Schickt mir gerne was zum Weihnachtsunboxing. Ich hab noch nicht so viel. Das könnt ihr gerne an dieser Adresse machen. Ihr habt jetzt tatsächlich noch 3 Wochen, nicht ganz mehr so 3 Wochen, so 2,5 Wochen, wo ihr mir was schicken könnt. Ich würde mich riesig freuen. Ihr bekommt natürlich auch eine Postkarte zurück. Und nicht zu vergessen, in meinem Shop gibt es mit diesem Code hier gerade 5 Euro Rabatt auf alles. Das würde mich freuen, wenn ihr vielleicht euch selber oder jemand anderem ein Weihnachtsgeschenk machen möchtet. Habt dafür ja extra auch neue Buddies im Shop. Deswegen, ja, das wär's. Jetzt noch ganz kurz was zu meinen Patrons. Ein riesiges Dankeschön an meine beiden ultimativen Flauschis. Kenai, Amarok und Dabarv. Und nicht zu vergessen die 13 unglaublich fluffigen Flauschis. Ino, Preen, Paco, Redfox, Freezy, Percy, Swallywolf, Medinos, Razer, Fetch, Symphote, Kodiak und Sotur. Euch allen ein riesiges Dankeschön und ein verschnupftes anscheinend auch. Und allen weiteren tollen Flauschis noch ein tolles, tolles Dankeschön für eure ganz, ganz tolle Unterstützung. Wenn auch ihr mich unterstützen wollt, würde ich mich riesig freuen unter patreon.com slash akibat. Willkommen auch bei der Endcard, Freunde. Hier oben könnt ihr mich sehr, sehr gerne abonnieren, würde ich mich riesig freuen. Und dort drüben kommt ihr zu dem Street Game Video von letzter Woche und einem weiteren Video. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Restwoche. Bleibt flauschig und seid gesünder als ich. PS ist es nicht Corona, also keine Sorge, aber bleibt trotzdem gesund. Macht's gut und bleibt flauschig dabei. Ciao.